Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Webirth in der letzten Folge. Mann, haben wir die Challenge Suicide King Challenge geschafft und deswegen machen wir jetzt noch die letzte Challenge, die wir hier frei haben. Die Family Man Challenge, die wir schon mal gemacht haben, aber nicht geschafft haben. Denn die brauchen wir, um die elfte Challenge freizuschalten. Denn man braucht Lokis Hörner und die Family Man Challenge. Wo man nämlich Epic Fetus freischaltet, um die elfte Challenge freizuschalten. Also machen wir die Family Man Challenge, die Familienman Challenge und in dieser Challenge sind wir Isaac mit einem netten Geburtstagshütchen auf. Zudem haben wir ganz viele Babys um uns rum. Das ist einmal das Wattenbaby, dann ist der Brother Bobby, Sister Maggie. Dann haben wir noch, so wir können ja schon mal eine Flieger uns holen. Dann haben wir noch Dead's Key, können nicht selber schießen. Das muss, also der Schaden muss von unseren Babys kommen, was ein bisschen schade ist, aber okay. Wenigstens haben wir das Wattenbaby, das ist immer diese Fliegen spawnt, die machen ja gut Schaden. Und dann haben wir noch das BFF. Was macht, dass unsere Begleiter stärker werden? Deswegen sind sie auch so groß. Genau, und Dead's Key macht alle Räume auf, ohne dass wir dafür einen Schlüssel brauchen. Ist auch recht nice. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wie gesagt, ich habe diese Challenge schon einmal probiert, nicht geschafft. Aber ich glaube, da war das sogar ganz schön knapp. Ja, gut möglich. Auf jeden Fall wäre es wünschenswert, wenn wir irgendwie die Gabi-Form erreichen könnten, weil wir produzieren ja auch Fliegen, wenn wir mit unseren Begleitern angreifen. Auf jeden Fall brauchen wir irgendwie externen Schaden. Weil wir ja nicht selber angreifen können. So, und ich weiß jetzt leider nicht, ob die Begleiter stärker werden, wenn wir selber auch stärker werden. Und da weiß ich nicht, ob wir, wenn wir im Teufelsraum irgendwie, weiß ich nicht, eine Mark oder so bekommen, ob wir das dann mitnehmen sollten, für ein Herz. Aber das entscheiden wir dann. Wenn wir sowieso keinen bekommen, dann ist auch egal. Wir könnten eigentlich mal unseren Schlüssel einsetzen. Allerdings macht der Schlüssel wohl auch... Ne, macht er nicht. Der Schlüssel macht keine Devil-Rooms auf. Aber der Schlüssel macht... Meines Erachtens... Geheimräume auf. Okay. Ich dachte eigentlich, hier links wäre der normale Geheimräume. Aber jetzt haben wir den Super-Geheimraum. Ist ja auch nicht so schlimm. Springen wir gleich mal in die Luft. Und immerhin zwei Schlüssel. Na gut. Na gut. Wir hätten den Schlüssel öfters einsetzen können, damit wir... Zumindest beide Geheimräume haben. Aber gut, habe ich verpasst. Und besiegen wir einfach mal den Duke of Lies. Wie viel Schaden machen wir? Zwei. Ja, wäre halt gut zu wissen, ob die halt auch stärker werden. Unsere Begleiter, wenn wir selber stärker werden. Hm. Man weiß es nicht. Wir werden es vielleicht irgendwann rausbekommen. Die Fliege sollte ja auf jeden Fall dann stärker werden. Ob sich das lohnt. Nur für eine Fliege... Ist dann schon ein bisschen fraglich. Auf jeden Fall haben wir den ersten Ball schon mal besiegt. Haben ein ganzes Leben dazu bekommen. Sogar mit HP, Regeneration. Und wir sind im Keller. Das ist nicht ganz so geil. Aber verkraftbar. So, dann können wir hier das Ding mal einsetzen. Genau. Da haben wir sogar den Geheimraum gefunden. Sehr schön. Können wir das quasi jeden zweiten Raum einsetzen und hoffen, dass da irgendwo der Geheimraum ist? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Das machen wir auch so. Können wir sogar noch ein paar Bomben. Hier ist sogar noch ein blauer Stein. Perfekte Musto. Mit einfachem goldenen Schlüssel drin. Okay. Habe ich nichts gegen. Ja, wie gesagt. Keine goldenen Räume, weil es eine Challenge ist. Und... Halt blind sein. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Extend-Damage. So, damit ist alles gesagt. Achso, ne. Eine Sache fehlt noch. Denn wir müssen... Oh, die machen aber ganz schön gut Schaden. Dank dem BFF halt. Naja. Wir müssen bis zu Isaac kommen, um diese Challenge zu beenden. Ja. Kann man halten, was man will, von... Die 5. Was war denn die 5? Was hat denn die 5 gemacht? Hat die 5 alles gerewollt? Ne, das war 1 und 6. Was macht die 5? Hat die Ebene neu gestartet. Alles klar. Gut. Machen wir die Ebene halt nochmal mit The Lost. Das ist ja gar kein Problem. Haben wir wieder einen Geheimraum gefunden. Ja. Oh, dann kriegen wir mehr Geheimräume. Nice. Okay, 5 sind also Geheimräume. 1 bis 6. Also 1 und 6. Ist Items we rollen. Und 3. 2 und 4 waren, glaube ich, dass die Sachen, die Pickups gewollt wurden. Und 3, dass die Ebene gewollt wird. Oder? Bin mir gerade nicht so sicher. So, was haben wir hier? Ein paar Spinnen. Die sollten auch kein Problem sein. Das machen, glaube ich, unsere Fliegen. Genau. So. Das Feuer trifft uns nicht. Danke. Nettes Feuer. Nett, dass du uns nicht getroffen hast. Du dann auch noch. Das Video kommt heute auch ein bisschen später. Achso, da waren wir eben schon drin. Ich habe mich gerade schon gefreut, dass wir jedenfalls einen Geheimraum finden. Aber hier waren wir eben schon. Kommt ein bisschen später, weil meine Mutter heute Geburtstag hat. Meine Mutter hat heute Geburtstag. Und dann waren wir halt noch essen. Und ich habe es verpasst, dann gestern halt ein Video aufzunehmen. Das heißt, ich musste das jetzt heute auf. Ich nehme sowieso eigentlich am selben Tag auf. Aber wenn ich halt am nächsten Tag nichts, keine Zeit habe und ich das weiß, dann nehme ich eigentlich am Vortag auf. Aber habe ich diesmal verpasst. Und deswegen kommt das Video später, weil es jetzt schon 8 ist. Jetzt geht das Video noch irgendwie eine Stunde oder so. Je nachdem, wie schnell wir sind. Muss ich das noch ändern, eine Stunde lang. Dann muss ich das hochladen, eine halbe Stunde lang. Und ja. Eine Eins. Oh. Oh. Oh, was passiert denn dann? Da bin ich jetzt am... Dann sind wir doch wahrscheinlich immer noch blind. Wir können jetzt alles damit kaputt machen. Wir machen es trotzdem mal. Ja, gut. Ist wahrscheinlich nicht so toll. Aber wir haben diese komische Maske. Ein paar Babys haben wir trotzdem noch wieder einen Eipecake bekommen. Können wir leider nicht einsetzen. Schade. Ach, und unser Tami's Head ist jetzt auch wieder weg. Shit. Tami's Head wäre ganz geil gewesen eigentlich. Aber wir haben Eipecake, man könnte es nicht einsetzen. Aber dieses Viech, das wir hier haben, ist eigentlich auch recht nice. Und die Watch nehmen wir auf jeden Fall mit. Was haben wir sonst noch? So eine Bombe. Ne, wir nehmen das hier mit. Gut. Das heißt also, unsere Challenge jetzt... Oh, wir haben jetzt sogar noch den Geheimraum aufgemacht. Ja, können wir mitnehmen. Haben sowieso nichts anderes. Das ist ja jetzt voll bescheuert. Gut, dann ist unsere Challenge jetzt auf jeden Fall mit diesen komischen Wurmen den ganzen Schaden machen. Der geht wenigstens überall durch. Ah, unser BFF ist ja jetzt auch weg. Ja, geil. Und blind sind wir trotzdem. Oh. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das hätten wir nicht machen sollen. Shit. Nein. Jetzt haben wir gar keinen Schaden mehr. Das kann ewig dauern. Au. Am besten, wir bringen uns selber, oder? Ich glaube, das wird nichts mehr. Ist ja den Defender noch so ein Raum, aber glaube ich nicht. Wow. Hätten wir wenigstens Tami's Head oder könnten wir wenigstens unser IP-Kack benutzen, dann wäre das ganz gut gewesen. Aber so? Wow. Einfach nur wow. Jetzt gehen wir hier Damage und Range ab. Ne, komm. Wir starten irgendwann neu. So leid es mir tut, ich hätte das aber nicht machen sollen da am Anfang. Ne, ne. Items rerollen ist eine ganz schlechte Idee in einer Challenge, wo man nicht nicht schießen kann. Egal. So, können wir hier noch ein paar Dinge aufsprengen. Können wir mal nachgucken. Ne. Hatten wir irgendwas Gutes eben schon gefunden gehabt? Ich glaube nicht, oder? Irgendwas? Hatten wir irgendwas anderes schon dabei? Wir haben den ersten Boss gesiegt. Ja gut, wir hatten einen Lebens-Upgrade. Ist aber nicht weiter tragisch. Mit dem Schlüssel kann man übrigens keine goldenen Truhen aufsperren. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel, um diese eine Truhe aufzusperren. Da unten. Da ist ein blauer Stein und hier ist eine Truhe. Da ist der Boss. Das ist noch ein blauer. Oh, ne. Ja, wir können natürlich die Truhe aufsprengen und hoffen, dass da irgendwie zumindest eine Bombe drin ist. Und vielleicht auch ein Schlüssel? Vielleicht ist da auch ein Schlüssel drin? Tja. Weiß ich jetzt auch nicht. Da haben wir zumindest einen Schlüssel. Wir machen das hier auf jeden Fall mal. Da können wir hier mal reinschauen. Das Ding hätte ich sehr gerne. Allerdings werden wir garantiert nicht genug Münzen dafür haben. Ah, dieses Doppelungsding hier wäre richtig cool. Egal. Zumindest haben wir hier den Supergeheimraum mit einem blauen Automaten, der uns gar nichts bringt. Das ist die Frage. Sprengen wir einen blauen Stein auf oder die Kiste? Bitte eine Bombe, bitte eine Bombe. Oh, ne. Na toll. Okay. Dann gibt uns hoffentlich der Boss irgendwie eine Bombe, was ich aber auch eher nicht denke. Au. Der Boss tut uns lieber weh. Blöder Boss. Oh, weah. Diese Challenge ist echt eine der schlimmsten Challenges ever. Meiner Meinung nach. Oh, aber wir können fliegen. Wir können fliegen. Wir können fliegen. Fliegen ist schön. Fliegen ist super geil. Ähm, können wir sonst noch hier irgendwas machen? Wir haben Schlüssel. Können wir... Doch, da oben war noch eine goldene Truhe und hier sind noch Bomben. Oh, nice. Wieso habe ich die eben nicht gesehen? Da hätte ich die ja lieber aufspringen sollen. Ha. Egal. Hier ist sogar noch eine Bombe drin. Okay. Okay. Dann können wir den Geheimraum aufmachen. Danke. Yay. Wir haben sogar genug Geld. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Das ist richtig gut. Wir können fliegen, haben genug Geld. Das ist ein viel besserer Start als eben. Haben noch ein paar Bomben. Das heißt, wir können die ganzen blauen Steine aufspringen. Bekommen. Okay. Hm. War im Shop noch ein Schlüssel? Kriegen auf jeden Fall noch ein blaues Herz. Da war nix. Hier ist tatsächlich ein Schlüssel und wir können uns das sogar alles leisten. Wie cool ist das denn? So. Bobs. Pff. Ah. Bobs Brain. Wir nehmen es mit, weil wir sonst keinen Schaden machen. Bobs Brain als Schadenträger ist gar nicht mal so schlecht. Ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Nicer Anfang. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich zeige euch gleich nochmal den Seed, weil dieser Anfang ist schon mal sehr geil. Oh, guck mal wie groß Bobs Brain ist. Ist einfach genauso groß wie Isaac. So. Das Seed ist EGD1-TN3R. Wir würden nur ein halbes Leben verlieren, wenn wir da reingehen. Allerdings wäre das ein blaues Leben, das wir verlieren würden. Okay. Kann das gehören? Mal bitte losfliegen. Danke. Oh. Dann fliegt das nicht mal weit genug. Ist das dein Ernst? Dein Ernst? So, wir müssen halt nur auffassen, dass uns Bob Swain nicht irgendwie jetzt wehtut. Das macht es ja gerne mal. So. Los, Bob Swain! Hä? Los, Bob Swain! Danke. So. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht allzu nah an Gegner rangehen, weil Bob Swain ja jederzeit wieder spawnen kann. So. Ich glaube aber, das ist endlich mal gut. Bob Swain kann endlich mal was bringen in diesem Spiel. Zum allerersten Mal bringt es uns wahrscheinlich nicht selber um. So. Wir haben keine Schlüssel, das heißt, wir können nicht in den Shop reingucken. Der Bob Swain macht das hoffentlich nicht. Okay. Und Bob Swain kann nicht über Steine rüber. Okay. Ich dachte... Au. Gut, wir haben Leben verloren. Yay, wir können endlich in den Stachelraum. Und Bob Swain zieht einfach ein ganzes Leben. Das ist nicht so geil, aber wir kriegen hier zwei schwarze Herzen. Ach, Bob Swain. Diese Hassliebe zwischen uns. Ist jetzt die Reichweite von Bob Swain äh, von Bob... Blah, Bob Swain Explosion auch höher, weil wir dieses BFF haben? Vollheld. Okay. Wäre mal interessant zu wissen. Ist hier irgendwo ein blauer Stein? Nein. Gegner. Bob Swain, go, go. Ah, du bist zu langsam. Toll. Bob Swain, du bist unnötig. Ja. Egal, wir machen das Beste draus. Schließ dich. Oh. Nett, danke. Da war noch ein blauer Stein. Den machen wir noch auf. Dich haben wir nicht vergessen. Wir hätten hier außerdem nachgucken können, ob da der Supergeheimraum ist, aber habe ich mal wieder vergessen. Ich dumale. Und wir sollten nochmal in den Shop reingucken. Bevor wir hier irgendwas machen. Vielleicht kriegen wir die Smartwatch zum Beispiel. Schon wieder. Und das andere ist, glaube ich, der Options. Das wäre auch eine Option. Ich hätte gern beides, ehrlich gesagt. Zwei gute Items im Shop. Oh, wow. Ich weiß gar nicht, was ich lieber hätte. Ja, Options ist halt, dass wir beim Boss entscheiden könnten, was für ein Item wir mitnehmen. Und die Smartwatch ist allgemein immer cool. So. Herzen. Kein Geld. Aber wir können uns sowieso nichts kaufen. Keins von beiden. Also ist die Frage sowieso unnötig. Und wir besiegen einfach seine Hand. Hoffentlich. Ohne Leben zu verlieren. Oder? Hallo? Danke. Gut, wir verlieren Leben. Oh, jetzt müssen wir wieder auf Bob's Brain aufpassen. Was? Ach ja, man kann gegen den. Ah, habe ich ganz vergessen. Man kann ja gegen den laufen. Oh nein. Oh nein, das ist richtig schlecht. Hier, tschüss. Oh mein Gott. Gut, komm her. Komm her. Ich mache dich mit deiner Bombe tot. Ah, das ist die Spinne. What the fuck? Oh nein. Okay, das war richtig schlecht. Äh, kann Bob Swain die Dinger da irgendwie kaputt machen? Nee. Okay, dann gucken wir nach einem Geheimraum. Wow. Wow, wow, wow. Ganz ruhig hier. So, der wird wahrscheinlich hier sein. Der wird es aber wegschrieben, ja. Äh, und jetzt? Hm, nee, okay. Wir haben sowieso keine Bombe mehr. Wir könnten, nee, gar nichts mehr machen. Gut, der hat die Bombe verschwendet für nichts. Wir können uns im Shop ein blaues Herz kaufen. Aber nee, wir sparen uns das. Wir sparen uns das Geld für die nächste Ebene. Vielleicht ist da ja im Shop auch mal wieder was Gutes drin. Ist selten, dass da zwei gute Sachen auf einmal sind. Sonst sind da einfach immer richtig schlechte Sachen. Aber diesmal waren das sogar zwei Sachen auf einmal gut. Wow. Und wir können uns einfach beides nicht leisten. Aber okay. Dafür haben wir jetzt zwei Schlüssel. Ach, hallo Bob Swain. Bist auch mal wieder da, ja? Dann tu deinen Job. Wow, perfekt. Hast perfekt getroffen. So, wir haben ja sowieso genug Schlüssel. Mal gucken. Eine 4. Was macht denn eine 4? rewordt wahrscheinlich alles, was auf der Ebene ist. Da wir sowieso noch nichts von der Ebene gesehen haben, wird das wohl nicht so schlimm sein. So, wir lassen uns überraschen. So, hier können wir reingehen, weil wir volle Leben haben. Die öffnen wir auf jeden Fall. Werden sogar raus-teleportet. In den Teufelsraum. Nice. Das ist richtig nice. Okay, warum hat Bob Swain nicht getroffen? Oh ja. Wow, Bob Swain ist Hammer. Die Kohle bringt uns, glaube ich, gar nichts. Na gut, aber wir haben die Kohle und mussten den Challenge-Raum hier nicht machen. Auch nicht schlecht. Kriegen den Kränenfuß, was auch immer das macht. Hier werden noch mehr Schaden. Ähm. Aber ich glaube, ich fliege lieber. Statt mehr Schaden zu machen. Wir haben Bob Swain. Mit Bob Swain sollten wir an sich schon genug Schaden machen. So, wir könnten jetzt schon zum Boss. Pestilenz, alles klar. Kein Problem. Kein Problem für uns. Dann kriegen wir sogar einen Cube of Meat. Oh, ein Cube of Meat ist super. Cube of Meat ist richtig gut. Vor allem, weil wir halt keinen Schaden haben. Dann können wir, wenn wir später irgendwie unsere Leben loswerden und nur noch blaue Herzen haben, einfach an den Boss rangehen und ihm so Schaden machen. Das wäre richtig cool. Das wäre richtig, richtig cool. Wenn wir dann das Polaroid haben. Also wäre irgendwie erwünschenswert Gabby's Paw. Hier kriegen wir natürlich nur das Kartendeck, was nicht so ganz geil ist. Aber auch ein blaues Herz. Nehmen wir das halt mit. Und dann können wir noch nach einem Geheimraum suchen, der bestimmt irgendwo ist. wahrscheinlich hier oder halt einen weiter unten. Okay. Dann wahrscheinlich hier. Hä? Okay, dann. Krass, wie langsam wir sind. Hier oben kann er nicht sein. Da links auch. Hä? Momentchen mal. Dann ist er wahrscheinlich. Ne, da kann er auch nicht sein. Hä? Ne, kann er nicht. Gut, wo ist der Geheimraum? Ist der im Challenge Raum drin? Nicht euer Ernst. Oh, weg. So, ne, Quatsch. Da wird er nicht sein. Ich gucke da einfach mal nicht nach. Ich vertraue einfach mal da drauf. Dann wird er wohl da sein? Wie assig ist der denn gesetzt? Egal. So, der Raum ist schön. Wir können hier sogar mehrere auf einmal, glaube ich, wegmachen. Alle fünf. Oh, nice. Was kriegen wir hier? Bad Trip. Nicht so schlimm. Da kriegen wir noch einen Oil Stats ab. Sehr schön. Oh, jetzt sind wir auch richtig groß. Und 48 Stunden Energie bringt uns nichts. Gut, dann schauen wir hier noch rein. Verdienen sowieso nur ein halbes Leben. Es sei denn, die treffen uns. Dann natürlich mehr. Tun sie aber nicht. Okay. Gut, wir haben keine Bomben, um nach einem super Geheimraum zu suchen. Wir können fliegen. Wir haben einen übelst großen Cube of Meat, was ich recht nice finde. Alles ist voll übergroß bei uns gerade. Wegen diesem BFF. Das ist voll cool. Wusste gar nicht, dass der Cube of Meat dadurch auch besser wird. Ja, perfekt wäre jetzt eigentlich nur Gabby's Paw. Gabby's Paw, dann Mom. Oh nein, Mom wird schlimm mit dem Hirn. Oh nein. Das wird nicht witzig, Mom mit dem Hirn zu besiegen. Das wird überhaupt nicht witzig. Oh oh. Da habe ich jetzt schon Angst vor. Oh wow. Egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwie klappt das schon. Wir müssen ja am Anfang eigentlich nur Bob's Rain dann los. Oh nice. Nice. Wollen wir das mitnehmen oder wollen wir den Krähenfuß mitnehmen? Ich weiß nicht, was der Fuß macht, ist die Sache. Ich weiß nicht, was er macht. Wir gucken mal kurz nach. Der Krähenfuß macht. Was war denn? Ist doch ein Twinket. Wenn man einen Gegner tötet, dann kann man einen Vogel spawnen. Ist glaube ich ganz geil. Vor allem bei Mom. Wenn wir da einen Gegner töten. Wir brauchen halt jeden Schaden, den wir irgendwie kriegen können. Aber irgendwie habe ich diesen Vogel noch nie gesehen. Hä? Wir töten hier die ganze Zeit Gegner, aber der Vogel kommt nicht. Oder? Ne. Ich glaube, nur wenn wir ihn selber töten wahrscheinlich mit unseren Tränen. Aber das können wir gar nicht. Heißt also, wir nehmen das Teil nicht mit, oder? Wir nehmen einfach mal das Kacki-Häufchen mit. Ist sowieso das beste Twinket auf diesem Spiel. Popspray, wo bist du? Ich brauche dich. Na gut, doch nicht. Sorry, Bob Swain, aber ich brauche dich doch nicht. Hä? Wo kriegen wir die ganzen Fliegen her? Wieso können wir mehr als... Hä? Wir können mehr als eine Fliege haben? Warum? Okay, egal. Egal. Oh. Counterfeit Penny ist natürlich auch eine gute Sache, aber wenn ihr noch Scheißhaufen sind, dann sollten wir das andere vielleicht erstmal behalten. Counterfeit Penny ist halt so eine Sache. Auf jeden Fall ist hier erstmal ein Shop mit Greed drin. Nicht? Okay. Oh. Oh. Ähm. Convert your soul. Convert your soul hat, glaube ich, aus blauem Herzen rote gemacht. Ah, das war richtig schlecht. Das war richtig schlecht. Wieso habe ich das eingekauft? Äh. Nein, das können wir uns nicht mehr an das leisten. Nein, wir brauchen Geld. Dieser Converter war schlecht. Oh nein. Wir brauchen ganz schnell Geld. Kriegen wir denn jetzt Geld her? Oh Gott. Bob Swain, töte bitte. Danke. Fliege. Töte. Fliege. Danke. Wir brauchen eine Münze. Dann haben wir wenigstens eine Bombe. Oh nein. Ich habe 15 Geld verschwendet. Verdammt. Ich dachte, das hätte, das würde rote Herzen in blaue verwandeln, aber wie kam ich denn da drauf? Kann ja gar nicht. Das wäre ja auch ein blödes Item, wenn das das wäre. Da macht das andersrum schon mehr Sinn. Da stimme ich dem Spiel einfach mal zu. Au. Okay. Wir holen uns dann die Bombe kurz. Für 5 Münzen. Ja shit. Jetzt haben wir einfach 15 Münzen verschwendet. Ist nicht ganz so cool. Hätte cooler laufen können. Auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir erst mal zum Boss. Ist ja noch nicht warm. Ist noch so hollow, genau. Eine Full Health Bill haben wir auch. Ich hoffe, die werden wir nicht gebrauchen. Und ich hoffe immer noch auf Gabby's Paw. Hoffentlich kriegen wir die nach diesem Bosskampf. Das wäre richtig nice. Los, Gabby's Paw. Gabby's Paw. Gabby's Paw. Gabby's Paw. Schade. Tiers und Shot Speed Up. Bringt uns gar nichts. Null. Nada. Da hätte ich lieber noch ein paar Reiter. Das wäre besser. Jetzt müssen wir noch irgendwie irgendwo irgendwann den Geheimraum finden. Der höchstwahrscheinlich da sein wird. Das ist die letzte Bombe. Ich hätte nicht einfach so blind das da hinlegen sollen. Aber hat ja geklappt. Kriegen sogar recht viel Geld. Haben dadurch unser ganzes Geld schon wieder. Das ist ganz nett. Ganz nett. Danke Spiel. Dann schauen wir noch mal kurz da oben. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Nettes. Außer, dass uns unser Gehirn treffen wird, wenn wir hier irgendwie blöde Sachen machen. So, sehr schön. Da war nix. Dann ist da links noch ein Raum. Da ist zumindest eine Arcade. Mit einer Arcade könnte man ja was anfangen an sich. Hm. Ja. Mit der Arcade werden wir was anfangen. Auf jeden Fall. Wir können auch hier ein paar mal gegenlaufen. Kriegen ja ganz viel Geld daraus. So, was lag? Achso. Ja gut. Portal Black Bank. Können wir auch noch mal dreimal einsetzen? Wenn wir es jetzt glaube ich noch mal einsetzen, dann sind wir einfach tot. Das heißt, das lassen wir lieber. Wir haben auch noch eine Full Health Pille ist die Sache. Können wir auch schon einsetzen. Aber das wäre dann Verschwendung, oder? Wir könnten ich wette mit euch, da kommt gleich eine Fliege raus und ich sterbe, weil ich sie mit meinem Gehirn abschieße. Okay. High prices, Full Health. Gut, wir gehen in den Challenge Raum, setzen unsere Full Health Pille ein. Okay. Gut. Machen wir das hier kurz. Kann ja nicht allzu schwer werden. Gegen zwei, zwei, drei Bosse. Das kriegen wir hin. Mit unserer ganzen Familie. Familien Power. Familien Power und Bob Swain. Attacke. Wenigstens macht Bob Swain auch diese Vergiftung. Das finde ich auch sehr schön eigentlich. Bob Swain ist echt unser Meister Schaden. Gut, dass wir das gefunden haben. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jemals zu Bob Swain sagen würde, aber doch war es gut. Gut, dass wir dich gefunden haben, Bob Swain. So. Aber selbst die Familientypies machen ganz ordentlich Schaden. Bob Swain ist natürlich der Meister-Skiller hier im Team. Okay, das haben wir geschafft. Wir können wieder Geld holen aus der Blutmaschine. Dann können wir da unten die ganzen... Okay, Price, das können wir auch nehmen. So. Voll der Porno. So, nochmal dreimal. So, dann können wir erstmal ein bisschen spielen. Das ist doch schön. Der Go-To bringt uns an sich überhaupt nichts. Und unser... Aber unser Twinke bringt das auch nichts, denn das verdoppelt einfach nur die... Oder? Okay, das bringt uns überhaupt nichts. Der Penny, den wir haben, verdoppelt, glaube ich, das ganze Geld, das wir einsammeln. Wenn wir jetzt so eine Zweier-Münze einsammeln, weiß ich nicht, ob wir dann vier Münzen bekommen. Könnte man mal ausprobieren. Okay, wir haben 99 Münzen. Fliegen können wir schon dann. Ja, alles Paletti hier. Ehrlich, super du. Wir haben 99 Münzen, haben hier noch die restlichen Leben. Hoffentlich sterben wir jetzt nicht in diesem Raum, das wäre ganz schön. So. Gut, da haben wir doch die Ebene gut ausgebeutet. Ach, das war gar kein doppeltes Herz. War nicht irgendwann noch ein doppeltes? Doch, da hinten, oder? hoffentlich. Warte, können wir uns hier was kaufen? Ach nee, das Ding haben wir uns gekauft. Ja gut, dann war das auch keine Verschwendung, dass wir es gekauft haben, weil wir sowieso 99 Münzen bekommen haben. Ist also egal. So. Gut, wir haben genug Geld, wir haben nur zwei Bomben, mit denen könnten wir an sich mal, naja, komm. Wir gucken nach einem Geheimraum. Wir bleiben noch ein bisschen hier in der Ebene. Der Geheimraum könnte an sich am Shop grenzen. Ach nee, wir haben den Geheimraum schon. Uns fehlt nur noch der super Geheimraum. Okay, der kann aber an ganz schön vielen Stellen sein. Wenn es aber stimmt, dass er am ehesten da ist, wo der Bossraum ist, dann wird er ja wahrscheinlich hier sein oder hier oben. Oder? Gut, haben wir halt keine Bomben mehr, ist auch egal. Wir haben wenigstens High Prices. Das werden wir aber in der Magenebene einsetzen. Wir sind jetzt aber erst in der fünften Ebene. Nach wie vielen Minuten Kirst of the Darkness haben wir 18. Oh, das geht ja sogar noch. Das geht ja wirklich noch. Das ist doch voll okay hier. So, wir warten einfach, bis Bob Swain wieder da ist. Der macht das für uns. Nicht wahr, Bob Swain? Du bist doch so ein netter, nettes kleines Gehirnchen bist du. Zwei ein bisschen grün hinter den Ohren, aber sonst. So. Gut. Dieser Raum ist ziemlich unnötig. Hier hätten wir nicht reingehen sollen. Oh Gott, diese Spinnen überall. Au! Mit Kirst of the Darkness sieht man die noch weniger. Oh Gott. Gut, haben wir aber heil überstanden? Haben wir nur ein... Was? Wir haben ein Leben verloren? Krass. Los, Bob Swain. Sehr gut. Ich mag Bob Swain. In dieser Challenge ist er endlich mal nützlich. Wie oft kann man das bitte sagen, dass Bob Swain nützlich ist? Oh Gott, ich hasse euch. Au! Ich hasse dich, Bob Swain. Nein, eigentlich nicht. In dieser Challenge bist du gut. Ich kann nicht einfach sagen, dass er jetzt wieder schlecht ist, wo ich eben gesagt habe, er ist gut. So, hier wäre noch so ein Raum. Okay. Jetzt können wir gleich mal nachgucken, ob wir wirklich vier... Oh, wieso habe ich den Goathof nicht mitgenommen? Lol. Hätte ich mal machen sollen. So, wir haben... Ne, wir kriegen trotzdem nur zwei Münzen da durch. Mhm. Gut. Wo ist der Shop, ist die Frage. Krass, wie viel Schaden unsere Fliegen einfach machen. Da ist der Boss, welcher noch nicht Marm ist. Die Fliegen machen richtig guten Schaden. Oh, ich möchte Gabi werden, aber wir haben noch kein einziges Gabi-Item gefunden. Glaube ich. Ne. Okay, jetzt schon zum Boss oder erst später zum Boss, ist die Frage. Ich glaube, wir sollten erst in den Shop reingehen, welcher wahrscheinlich sowieso nur in Greed drin ist. Ah. Aber wir sollten trotzdem reinschauen. Wir haben so viel Geld. Wir sollten an sich auch in eine Arcade reingehen, wenn irgendwo noch eine ist. Wenn man fünf Münzen hat und in eine neue Ebene geht, dann ist ja die Chance erhöht. Oder dann ist überhaupt die Chance da, dass ein Shop erscheint. Und wir haben auf jeden Fall über fünf Münzen gehabt. So, was kriegen wir hier noch? Das ist das. Telepiert dann eigentlich in den goldenen Raum, aber da es keinen gibt, hat er uns einfach irgendwo hin teleportet. Jetzt war es halt dieser Raum. Nur so als Erklärung, da hätten wir den Chaos Penny, oder wie der heißt. Burn Penny. Bringt uns wahrscheinlich sogar mehr als der andere Penny. Wenn wir jetzt Geld aufheben, dann kriegen wir Bomben. Aber wir haben auch so viele Bomben, dass das auch schon nicht mehr lohnt. Tja. Egal, wir nehmen ihn trotzdem mal mit. Ich habe das Geld jetzt da eben nicht aufgehoben, weil wir halt schon 99 Münzen haben. Ich würde halt erstmal gerne in den Shop reingucken. Nicht, dass wir nachher noch irgendwie diese Geld-gleich-Schadenbrille bekommen und dann kein Geld mehr haben. Obwohl die uns auch nichts bringen würde. Ah, wir brauchen Laser oder sowas. Oder können wir Laser schießen, wenn wir blind sind? Diese ganzen Fragen hier. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das nur ausprobieren, wenn wir das dann überhaupt mal irgendwann bekommen sollten. So, wo ist das? Fisch? Wo bist du? Hallo, Fisch? Da bist du. Hi, Fisch. Hier muss aber auch noch ein Geck. Na? Würdest du kurz... Danke. So. Gut. Äh, da ist eine Karte liegen geblieben. Ben the Emperor. Ach ja, wir haben auch noch eine andere Karte da hinten liegen. The Emperor hat einen zum Boss teleportiert und... Hä? Wo war die andere Karte? Ach, da unten liegt sie. Okay. Okay. Dann könnten wir an sich natürlich doch... Ah, wir brauchen ein halbes Leben mehr. Können wir natürlich doch zum Emperor gehen. Wow. Nice. Und nice. Gut, wir haben genug Bomben. Das machen wir auf jeden Fall auf. Nee. Nee, nee, nee. Ist zwar schaden, aber kann es auch selber treffen. Mutters Fußnagel. Da wird Mutters Fuß von oben runter kommen. Gut. Doppelte Leben. Können wir auf jeden Fall mal hier reinschauen. Werden raus teleportet in... Oh. Ja gut. Hab ich nichts gegen. Du könntest dann bitte mal das Teil aufsprengen. Sehr nett. Hängt Man Emperor. Gut, dann gehen wir jetzt schon zum Boss. Ist er noch nicht mal? Oh nein, ist es Blatt. Warum The Blood? Gut, besiegen wir den halt mit unserem Fliegen. Solange er nicht hüpft, ist alles gut. Was habe ich gerade gesagt? The Blood? Ich habe gesagt, solange du nicht hüpfst, ist alles gut. Was tust du? Ach so, okay. Umgekehrte Psychologie. Solange er hüpft, ist alles gut. An sich muss man einfach nur über ihn stehen bleiben. Ah. Dann macht er nämlich seinen Laser nicht und ist quasi nutzlos. Was ja denn, man geht halt in seine Augen rein. So. Regeneration. Ist ja was ganz Nettes eigentlich. Hier wäre Geld, was wir immer noch nicht brauchen. Ich will noch mal kurz in den Shop rein. Hier unten ist auch noch die Karte. Die nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Brauchen wir für den nächsten Boss. Oh Gott, ich bin. Hilfe. Ja, gut. Oh, ich habe Angst vor diesem Raum und ich sehe dieses ganz spinnig, weil es hier so dunkel ist. What the fuck? Los. Fliegen. Fliegen. Attacke. Ach, danke. Noch ein bisschen Geld, was wir nicht brauchen. Was kriegen wir hier? The Habit. The Habit. The Habit. The Habit. The Habit. Zu Eisenguard. Zu Eisenguard. The Habit. The Habit. The Habit. Zu Eisenguard. I can see forever. Ist natürlich auch ganz nett. Können wir Bomben dank unserem Penny. Hier ist irgendwo der Geheimraum. Ich sehe nur gerade nicht, wo. Hä? Hä? Wo denn? Ach, hier. Okay. Komm, nochmal hier rein. Ja, hallo. Hallo, ich will dich aber nicht besiegen. Ich brauche deinen komischen Schlüssel nicht. So, hier. Haben wir den normalen gehalten? Ne, haben wir nicht. Okay. Müssen wir den auch noch suchen. Kann ja nicht allzu weit weg sein, der normale Geheimraum. Oder war das... Ne, das war eben der normale. Okay. Dann müssen wir vielleicht doch nochmal in den Raum rein. Hm, auf jeden Fall gehen wir noch in den Challenge-Raum. Denn hier sind zwei goldene Truhen. Mit einem... Oh. Mit mehr Schaden. Weiß ich nicht. Wollen wir das einsetzen? Ach, das ist... Na. Das ist dieser... Nein! Nein, nein, nein. Nehmen wir auf keinen Fall mit. Kein Stück. Das Ding wird uns raus teleportieren, wenn wir ein Space-Item einsetzen. Nicht so cool. So. Okay. Könnten wir natürlich einmal kurz einsetzen. An sich. Dann würden wir nämlich hier rauskommen. Könnten wir wieder reingehen. Uns das andere Trinket wieder nehmen. Und dann hätten wir keinen Schaden verloren. Egal. Hätte man machen können. Haben wir nicht gemacht. Suchen wir noch kurz den Geheimraum. Den Super-Geheimraum. Und nehmen wir das Geld mit. Damit wir wieder ein paar Bomben kriegen. Bomben sind natürlich auch Schaden. Und Schaden ist gut. Schaden ist gut, wenn man keine... Wenn man blind ist. Wenn man blind ist, dann braucht man Schaden. Ich sehe jetzt zumindest keinen blauen Stein. Dann müsste der Geheim... Der Super-Geheimraum irgendwo hier sein. Ja. Ja, 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 ja. Mit einer Super-Trop waren wir sehr schön. Und dann haben wir hier alles gemacht. Die High-Prices-Karte haben wir dabei. Leben haben wir voll. Jo. Ab in die Mom-Ebene. Gut, bisher sieht das ganz okay aus. Wir bräuchten allerdings immer noch... Also am besten wäre das, wenn wir noch mal... äh, Gabby Spore bekommen. Gabby Spore. Gabby Spore wäre echt ein Traum-Item in diesem One. Dann hätte ich keine Zweifel mehr daran, dass wir das gewinnen. Aber ohne Gabby Spore kann das noch knapp werden. So. Gut, wir haben genug Bomben. Wir springen einfach mal alles in die Luft. Können ja Pillen rauskommen. Tun's aber nicht. Okay, dann gehen wir einfach raus. Au. Hm. Also in ein paar Tagen wird übrigens eine Special-Folge kommen für Isaac. Also Special-Folge halt mit einem Mod. Ihr könnt ja mal raten, was für eine Mod. Wenn ihr auf Reddit aktiv seid, dann wisst ihr das wahrscheinlich schon. Wurde neulich erst vorgestellt. Hat schon ein paar Daumen hoch bekommen. Und ist noch in der Anfangsphase. Heißt also, ist noch nicht ganz fertig. Aber sieht jetzt schon cool aus und deswegen möchte ich das einfach mal spielen. Und nachdem wir halt diese Challenge... Ja. Eventuell nach dieser Challenge oder erst nach der nächsten, wenn wir das jetzt schaffen sollten. Dann wahrscheinlich erst nach der nächsten. Weil wir hier nachher die letzte Challenge freischalten. Und wenn wir alle Challenges haben, wäre das schon recht nice. Und das wäre echt nice. So, wir brauchen kein Geld mehr. Das ist eine Arcade. Eine Arcade, wo wir nur Geld... Äh, wo wir nur leben lassen können. Nicht die beste Arcade. Au. So. Aber noch ein Shop mit... Oh. Oh. Aber dann könnten wir nicht mehr fliegen. Damit könnte man rote Herzen einsammeln. Rote Herzen sind cool. Aber nicht mehr fliegen können ist nicht cool. Und eine Healthdown-Pille ist auch nicht cool. Ach Gott. Nehmen wir jetzt die roten Herzen mit oder wollen wir weiterhin fliegen? Fliegen, nicht fliegen. Wir nehmen das Jar-Teil mit. Und müssen irgendwie Herzen einsammeln. Und müssen irgendwie Herzen einsammeln. Mit dem Jar kann man nämlich die ganzen Herzen einsammeln. Und wenn man es dann einsetzt, dann werden die wieder freigelassen, sodass man die einsammeln kann. Ich glaube, das geht bis Ende los sogar. Das heißt, wenn wir viele rote Herzen finden sollten, dann wäre das schon recht geil. Aber Fliegen ist halt auch so eine Sache, die recht cool ist. Ja, wollen wir jetzt lieber fliegen oder lieber Herzen mitnehmen? Herzen sind sicherer. Ich bin gerade echt Unschlüssel. Unschlüssig bin ich. Ja, komm. Wir nehmen das Jar-Teil mit. Jetzt haben wir es schon gekauft. Dann nehmen wir das auch mit. Aber wenn man fliegen kann, kann man halt viel besser ausweichen. The World. Jetzt nehmen wir einen. Da oben ist der Boss. Aber wir wollen erst mal... Keine Ahnung, was wollen wir eigentlich? Wieso gehen wir hier unten lang? Ich weiß das nicht. Ach ja, wir wollten Herzen einsammeln. Wir haben auf jeden Fall genug Schlüssel. Da können wir auch mal kurz ran. Kommt sogar noch ein Herz raus. Und ganz viele Bomben für uns. Toll. Okay. Au. Wow. Das war gut. Gut gemacht, Izzy. Lauf einfach in die Stacheln rein, in die du fast reingelaufen bist, dann doch nicht reingelaufen bist und dann doch reinläufst. Das hast du echt du, geh mal. Das auch. Tourfahrts. Tourfahrts, Tourfahrts. Judgment. The Tower. Judgment könnte ganz gut werden. Zumindest ein Lebens-Upgrade könnte er uns geben. Vielen Dank. Dann nehmen wir noch High Prices mit. Tourfahrts brauchen wir nicht. Okay. Okay. Den normalen Geheimraum haben wir schon. Den super Geheimraum können wir noch suchen. Und die Herzen kommen wir nicht ran. Wir könnten den Automaten hier weg bringen und hoffen, dass da noch ein paar rote Herzen rauskommen. Ja, haben wir schon mal vier Herzen? Okay. Ist im Shop vielleicht noch ein Herz gewesen? Nein. Okay, 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 okay. Okay. Gut, gut, gut. Wir sind gut ausgerüstet. Zumindest okay. Es ist ein bisschen schade, dass wir nicht mehr fliegen können, aber das kriegen wir trotzdem hin. So. Wir müssen halt nur irgendwie Mahn besiegen, dann passt das schon. Dann ist das nicht mehr weit bis zu Isaac. Plum, 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 plum. Alle sterben. Lalalala, Codhaufen sterben gern. Die können wir auch in die Luft sprengen. In der Hoffnung, dass wir zumindest ein blaues Herz vielleicht bekommen. Nee, okay. Oh nein, schrecklicher Raum. Schrecklicher Raum, töte ihn. Danke. So. Die sprengen wir noch kurz. Ein schwarzes Herz immerhin. Noch ein paar Karten. 12 Clubs, hat die Bomben verdoppelt. Hierophant gibt uns zwei blaue Herzen. Nice, genau vom Boss. Kriegen wir einfach noch richtig viele Sachen. Noch eine Karte. So, hör mit. Deputiert er in den Shop, da wollen wir aber nicht hin. Wir sind... Okay. Gut, wir versuchen jetzt einfach Mahn nur mit dem Cube of Me zu besiegen. Das haben wir ja schon mal gemacht. Das haben wir auch in der letzten Challenge schon so gemacht. Ja. Ja, ja. Kriegen wir schon hin. Ja, schießt halt auf uns, plum, so. Geschafft. Da ist noch ein blauer Stein. Und ganz viele rote Herzen. Oh, das ist... Das ist göttlich. So viele rote Herzen. Hä? Wieso? Man kann nur höchstens vier mitnehmen? Ach, das ist ja blöd. Das Jack kann höchstens nur vier Herzen mitnehmen? Toll. Okay. Ein Gabi-Item. Ein Gabi-Item. Gabi-Item, Gabi-Item. Oder Schaden. Schaden skaliert wahrscheinlich nicht mit unseren Sachen. Gabi-Item fängt, glaube ich, sogar Projektile ab. Deswegen nehme ich es mal mit. Genau. Okay. Ich finde es gerade doof, dass unser Jar nur vier Herzen mitnehmen kann. Aber gut, was soll man tun? Sieht trotzdem recht gut aus. Damit haben wir halt doppelte Leben. Ist ja nicht ganz so schlecht. Ja gut, dann hätte ich aber doch lieber Fliegen mitgenommen, wenn ich ehrlich bin. Wenn man nur vier Herzen mitnehmen kann, dann ist das ja doof. Und ich würde gerne wissen, ob unser Gabi-Item Sachen abfängt. Na komm, danke. Du auch noch. Ich habe gesagt, du auch noch. Man sollte natürlich treffen, damit er stirbt. Erscheine. Erscheine, Dickdree. Der Dickdree. Doch, Dickdree? Dickdree? Dickdree. Dickdree. Dickdree heißt er in Deutsch. Okay. Okay. Du solltest gleich schon tot sein, hoffentlich. Ohne uns zu treffen. Bastard. Wieso triffst du uns? Mit Kopf. Oh, jetzt habe ich High Prices gar nicht bei Mom eingesetzt. Das ist sehr doof. Gut, bewahren wir uns High Prices für Isaac auf. Oder so. Ich hätte trotzdem noch gern Gabis Paul. Wieso haben wir eben nicht Gabis Paul bekommen? Gabis Paul wäre viel schöner gewesen. Hm. Komm schon, hören. Hören, du musst treffen. Oh nein. Was haben wir hier? Hä? Ganz ehrlich, was haben wir hier? Hallo? Achso. Die machen keine Geräusche. Habe ich richtig gewundert. Und da war auch keine Bossleiste. Das heißt, es konnte nicht Bienen sein. So. Und dann gehen wir hier hin. Und dann besiegen wir den kurz. Pow. Nehmen wir das mit. Gehen wir in den Challenge Raum. Da ist nicht mal eine goldene Truhe drin. Das heißt, wir gehen wieder raus. Hier auch nur einen blöden Raum. Dann gehen wir hier auch sofort wieder raus. Bye, bye. Challenge Raum. Genau. Bla, bla. Ha, okay. Oh. Ein Schlüsselraum. Ein Schlüsselraum. Da schauen wir mal rein. Was heißt das denn hier? Eine, zwei. Was macht denn eine, zwei? Wir tippen dann einfach mal drüber. Und das Revolte einfach alle Sachen, die im Raum sind wahrscheinlich. Oder die ganze Ebene. Ich denke aber nur aus dem Raum. Plum, the Broken Anc. Ja gut, dann haben wir zwei Versuche. Vielleicht. Wenn es funktioniert. Es hat noch nie funktioniert. Broken Anc. Ich hatte das bisher zweimal, glaube ich. Wollte, dass es zweimal funktioniert. Und es hat zweimal nicht funktioniert. Also eh, ich habe schlechte Erfahrungen mit dem Broken Anc. Sehr schlechte. Aber wenn es funktionieren würde, dann würden wir als Blue Baby neu belebt werden. Und wir könnten eigentlich... Ne, das bringt ja auch nichts. Ich dachte gerade, wir könnten... Ja, ne. Na, na, na. War ein Lenkfehler. So. Gut. Haben wir das auch geregelt. So. Da ist der Boss. Oh Gott. Okay, die können wir damit besiegen. Plum, 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 plum. Oh, wir könnten sogar unseren... Unser Teil hier ein bisschen stärker machen. Heia! Ich glaube aber nicht, dass das so sicher ist. Wir machen das lieber so. Okay. Hi. Was? 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 Was ist das? Was ist das denn? Hä? Gegen den habe ich noch nie... Neuer Boss! Cool! Das ist wie... Wie Vater, oder was? Ja, das ist Vater quasi. Nur als echter Boss. Den hatte ich noch nie. Schaltet man den irgendein... Ach, das ist something icky. Den haben wir neu freigeschaltet. Irgendwann mal. Ach, cool. Das finde ich gerade cool. So, haben wir besiegt. Was kriegen wir hier? Allsatz absintheft. Schaffelt. Allsatz absintheft. Ist uns eigentlich egal. Weil wir sowieso nicht schießen können. Okay. Gut, gut. Ähm, wir könnten... Wir haben so viele Bomben. Wieso haben wir die ganze Zeit nicht nach dem Geheimraum gesucht? Ah, das ist dumm. So. Das ist schon mal der eine. Geld. Wow! Was wollen wir mit Geld? So. Vielleicht ist hier ja der andere. Wäre ganz schön. Ne. Gut. Dann müssen wir noch ein bisschen weiterschauen. Ja. Das lasse ich mal unkommentiert. Plumm. 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 Ne. Oh, gosh. Ach. Regeneration. Sehr schön. Ja gut. Rote Herzen haben wir ja genug. Geld brauchen wir auch nicht. Nicht wirklich. So. Hier könnte der überall sein. Da ist er. Ein paar Pillen. 48 Stunden Energie. I can see forever. Full health. Bad gas. Bad gas. I can see forever. Wir haben beide Geheimräume. High Price. Das ist ganz geil. I can see forever. Wer für die nächste Ebene ganz geil. Full health auch. Ah. Wir nehmen die full health Pille mit. Einfach so. Weil wir dann unsere Leben einmal voll machen können. Dann. Haben wir noch unser Jar. Wo auch nochmal vier Leben drin sind. Und dann haben wir noch die full health Pille. Dann könnten wir also ziemlich oft getroffen werden. Das ist an sich gar nicht so schlecht. Mal ich mir so aus in meinen Gedanken. Und das wäre noch sehr schön. Wenn wir hier. Oh ja. Okay. Wenn wir hier ein bisschen nettes Zeug bekommen würden. Wie zum Beispiel eine Fliege. Die irgendwas auffängt. Oder. Ein paar Pillen. Wie zum Beispiel eine Speeddown Pille. Oder. Was habe ich mir noch erwünscht. Ich habe mir noch irgendwas gewünscht. Irgendwas wäre noch richtig gut. Blaue Herzen. Blaue Herzen natürlich. Blaue Herzen wäre noch sehr geil. So. Wir werden jetzt einfach mit diesen Automaten spielen. Bis er sich in die Luft sprengt. Da wäre schon mal ein blaues Herz. Noch eine Pille. Noch ein Herz. Na gut. Wir haben genug Geld. Wir werden jetzt auf jeden Fall alles verspielen. Alles. Schlüssel. Noch mehr Geld. Kaputt. Faith Up. Was haben wir da? Explosiv. Okay. Nicht so cool. Da liegt noch ein blaues Herz. Das nehmen wir natürlich mit. Full Health Pille. Faith Up. Kannst du weg. Geld brauchen wir ja nicht. Geld brauchen wir ja nicht. Gut. Schade. Ich hätte gern noch irgendwas anderes. Aber zumindest ein blaues Herz. Das ist ja nicht so schlecht. Aber eine Fliege wäre halt doch recht Korall gewesen. Ganz schön Korall wäre das gewesen. So. Okay. Aber an sich. Lebenstechnisch sieht das. Ganz okay aus. Los hören. Oh. Aber nicht schon selber treffen. Wäre halt ganz schön, wenn wir es schaffen würden, weil man einfach ein richtig OPS-Item bekommen würde. Ja. Egal. So. Da habe ich einen Trick rausgefunden. Einfach da hinschieben. Dann muss man da nicht so Attentäter-mäßig rangehen. Ah. Ah. Diese Häufchen hier überall. Wow. Ich glaube, da lag aber noch ein doppeltes Herz, oder? Ja. Komm. Machen wir. Machen wir kurz. So. Haben wir die Herzen auch. Da kann der Geheimraum sein. Da kann der Geheimraum sein. Da ist er aber. Mit Schlüsseln. Wo wird wohl der Boss sein? Ich weiß es nicht so genau. Diesmal laufen wir da nicht gegen. Okay. Zumindest ein Miniboss. Oh. Explosionsschaden wäre. Okay. Dann halt nicht. Dann kriegen wir keinen Explosionsschaden. Dann hätten wir wenigstens ein bisschen mehr Schaden mit unseren Bomben machen können. Hm. Umso länger diese Folge geht, umso später kommt die Folge. Ich schätze einfach mal. Oh. Das war perfekt, oder? Ich schätze einfach mal, dass ihr erst gegen 23 Uhr kommt. Und da seid ihr bestimmt schon zu Bett gegangen. Es ist ja Woche. Mitten in der Woche. Ihr habt bestimmt auch Schule oder so. Könnt ihr euch das nicht angucken. Oh nein. Au. Ey. Denn normalerweise kommt ja Binding of Isaac. Wer es noch nicht wusste. Immer um 21 Uhr. Auf jeden Fall plane ich das so. Ich habe hier gerade Angst vor diesem Raum ein bisschen. Jetzt nicht mehr. Jetzt machen wir das mit dem Club of Meat. So. So. Und du auch noch irgendwie. Irgendwie. Irgendwie kriege ich das hin. Irgendwie. So. Nice. Gut. Können wir das Ding kurz einsetzen? Oh Gott. Überall diese Viecher. Was? 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 Hilfe. Los. Fliege. Attacke. Nochmal. Fliege. Danke. Herzen. Keine Herzen. Geld. Wow. Ich brauche kein Geld. Wir haben genug Geld. Da hinten liegen Herzen. Die holen wir uns jetzt. Wir brauchen. Boah. Diese roten Kackhäufchen hier. Die bringen mich noch zur Weißglut. So. Jetzt haben wir leider keine vier Herzen in unserem Jar mehr. War hier vielleicht noch ein Herz? Ja. Sogar jede Menge. Okay. Dann können wir dahin ja immer zurück. Wenn wir Leben verlieren sollten. Das ist unser eigener kleiner Herzen im Geheimraum. Oh. Ja. Wir müssen halt auffassen, dass wir den nicht mit in die Luft sprengen. Gut. Hier. BD. BD. Nimm all unser Geld. Nimm es alles. Brauchen es nicht. Und gib uns ein Lebensupgrade. 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 Oder andere Sachen. Ist mir egal. Aber gib uns ein Lebensupgrade. Dankeschön. Sehr nett von dir. Was gibt er uns? Hierophant gibt er uns sogar. Oh. Und Tour of Hearts. Nice. Dann geben wir denen auch sein Zeug. Hoffentlich springen wir denen jetzt nicht in die Luft. Danke. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ähm. Nimm das Lebensupgrade mit. Hierophant. Full Health. Da ist übrigens ein X-Stein. Nochmal zwei blaue Herzen. Das ist auch sehr schön. Was war's? Du. Hierophant. Hierophant. Du. Aufhearts. Was hast du? Explosiv. Okay. Okay. Das war Evil A. Brauchen wir also nicht. Bad Trip brauchen wir auch nicht. Ist allerdings gleich eine Full Health Pille. So. Sehr schön. Laufen wir nochmal ein paar Mal gegen ihn. Weiß ich nicht. So dreimal. Was haben wir bekommen? Oh nein. Okay. Setzen wir die Tour of Hearts an. Dann haben wir wieder volle Leben. Kriegen hier noch ein paar Pillen. Bad Trip. Bad Gas. Speed Down. Weiß man nicht. Okay. Oh. Alles nicht so gut, was er uns jetzt gegeben hat. Ähm. Dann nehmen wir die Herzen noch nicht mit. Nehmen die Full Health mit. Was haben wir hier? Hyrofant. Oh Gott. Muss man ja voll mitdenken hier. Okay. Wir müssen das jetzt so schlau machen, wie es nur geht. Haben wir hier Geld. Leben. 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 Geld. Gut. 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 So. Okay. Dann machen wir das so. Wir haben Hyrofant. Wir haben eine Full Health Pille. Wir haben noch zwei weitere blaue Herzen. Ähm. Wir haben Explosions. Ja. Aha. Okay. Au. Ist nicht weiter schlimm. Hier ist der Boss nicht. Das heißt, es ist in einer anderen Richtung. Okay. Wir haben ganz viele Bomben. Das ist auch alles sehr schön. Äh. Jetzt müssen wir hier irgendwie vorbei. Ja. Ist egal. Wir müssen ja eh gleich nochmal rein. Da wären noch ein paar Pillen. Was war die gelbe Pille? Egal. Full Health. Okay. Okay. Das ist ja jetzt erstmal nur Mams Herz. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Oder wollen wir... Ah, dann ist der Boss leicht. Wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit. Dadurch werden wir geheilt. Und kriegen... Und der Boss ist leichter. Hat halt weniger Leben, der Boss dann. Wir dürfen nur die blauen Herzen da hinten nicht vergessen. Au. Ist das krank hier. Okay. So. Mams Herz. Nach Mams Herz kann man noch rauslaufen. Gell? Hoffentlich. So, wir machen jetzt Mams Herz. Easy peasy. Machen wir jetzt Mams Herz. Irgendwie machen wir jetzt mal Mams Herz. Ohne allzu viele Leben zu verlieren. Hoffentlich. So, sonst haben wir noch eine Full Health Pille. Die können wir auf jeden Fall auch in diesem Kampf hier einsetzen. Und das Teil auch. So. Genau. So, wir machen auf jeden Fall guten Schaden mit unserem Hirn. Mams Herz. Mams, könntest du den Gegner da oben mal bitte besiegen? Bitte. Muss ich das echt machen? Oh. Mams, danke. So. Könnten wir natürlich auch ein paar Bomben hier hinlegen. Okay, perfekt. Wir kommen wieder raus. Okay. Okay, 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 okay. Gut, damit haben wir sogar unsere blauen Herzen behalten. In der nächsten Ebene ist dann schon die letzte Ebene. Äh, wir wollen... eine Full Health Pille. Die setzen wir ein. Dann nehmen wir das mit, das mit. Die Hierophant Karte nehmen wir mit. Die Full Health Pille nehmen wir mit. Und wir wollen noch ein paar rote Herzen haben. Aber ich glaube, nirgendwo waren mehr welche. Okay, das heißt, wir haben zwei rote Herzen zu wenig. Das können wir eh nicht mitnehmen, weil wir keine Twinkets mehr tragen können. Wir haben eine Full Health Pille. Da wären noch andere komische Pillen. Gut. Krass, okay. Okay, wir haben ganz schön viele Herzen. Und wagen uns in die Isaac-Ebene. Letz... Was? Letzte Ebene. Wieso sind wir eben durchgelaufen? Der Part geht auch schon wieder über eine Stunde, aber auch nur, weil wir zweimal anfangen mussten. So. Okay, das ist natürlich schlecht, wenn wir jetzt hier ganz oft getroffen werden. Es wäre immer noch ein Traum, wenn wir hier jetzt wirklich noch eventuell Gabby Spore finden würden. Gabby Spore. Irgendwo. Das wäre richtig geil. Dann hätten wir nicht auf jeden Fall gewonnen. So, muss man noch aufpassen. Oh, war ja. Ja, geil. Oh mein Gott. Ich hasse diese Gegner. Ach, danke. Au. Mhm. Ja. Nehmen wir mal mit. Was haben wir hier? Wenigstens ein rotes Herz. Kein Boss. Eigentlich könnten wir hier sofort wieder rausgehen, aber okay. Kann man in der Kathedrale raus? Sich rausspringen? Weiß ich gar nicht. High Prices ist natürlich Schaden. Oh, High Prices wäre Schaden und das wäre Leben. Ah, ich denke, wir sollten lieber öfters getroffen werden können. Statt... Oh, was geht denn bei dir ab, Mutti? ...statt ein bisschen mehr Schaden zu machen. Und das auch nur einmalig. So, eine Hand ist noch da. Okay, keine Hand ist mehr da. Fehlt noch das Ding tot. Tot, tot, tot. Autsch. Das ist hier alles irgendwie ein bisschen kompliziert. Und unsere blauen Herzen sind gleich leider schon wieder weg. Ding, Bob's Brain. Größtenteils. So. Bob's Brain hat nix ge... Was? Irgendwas trifft er ja wohl. Danke. So. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen weniger sage. Aber ich will diese Challenge wirklich schaffen. Deswegen konzentriere ich mich ein bisschen, dass ich auch ja keine Leben verliere. Da wäre noch eine goldene Kiste, an die wir nicht rankommen. Da ist der Boss. Okay. Gut, wir haben an sich ganz schön viele Leben. Sollte auf jeden Fall machbar sein. Diese Challenge zu schaffen wäre noch schön, wenn wir hier... Okay, wir haben auf jeden Fall das Teil voll. Haben ganz schön viele Bomben, ganz schön viele Leben. Und noch eine Full-Health-Pille. Und... Okay, wir haben also zwei, vier, sechs, sieben Leben. Plus vier. Das heißt, wir haben elf. Und eine Full-Health-Pille. Das heißt, nochmal fünf Leben mehr. Elf, sechzehn Leben. Wir dürfen 15 Mal getroffen werden bei Isaac. Das ist eine recht schöne Quote. Wenn Bob Twain trifft, dann ist es schön. So, ich glaube, ich setze die Dinger jetzt schon mal hier hin. So. Müssen halt nur aufpassen. Ach doch, das ist auf jeden Fall machbar. So, wäre natürlich schön, wenn die Bomben irgendwie nochmal öfters treffen könnten. Aber gut. Oh Gott. Sehr schön. Na gut, wenn wir ihn nicht treffen, dann ist es natürlich schlecht. Wir müssen auf Bob Twain hoffen, dass es die ganze Zeit trifft und genug Schaden macht. Oh. Ja, doch. Sollten wir es schaffen. Wir haben noch so viele Herzen und dann haben wir noch die Pille. So, Bob Twain, dein Einsatz, wenn du bitte treffen könntest. Dankeschön. So, den Rest machen wir einfach mit unseren Teilen hier. Oh nein, nein, nein. Okay. Doch, keine gute Idee. Keine gute Idee. Ich wollte ihn mit unserem Cube of Me töten. Aber wir machen das lieber mit Bob Twain. Das ist sicherer. So. So. So, dann startet man mit Lokis Hörnern und Epic Feetus. Auf jeden Fall ist diese Challenge nicht allzu schwer. Die wird also nicht lange dauern. Die machen wir dann morgen. Und übermorgen ist dann eine Special-Folge. Genau. Und dann würde ich sagen, bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Freunde. Liebe Leute eigentlich. Aber okay, dann seid ihr heute mal meine Freunde und nicht meine Leute. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet. Und über einen Daumen hoch auch. Das mache ich eigentlich nicht. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe. Egal. Dann bis zum nächsten Mal. Schlaft schön. Oder vielleicht morgen, wenn ihr das erst morgen früh seht oder so. Keine Ahnung, wann das online kommt. Wird auf jeden Fall spät kommen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.